TeleBern präsentiert das 10-jährige Jubiläum des Theatergurten mit der Komödie «Holzers Piep-Show». Seit dabei wird Familie Holzer mit einer cleveren und innovativen Idee ihren Bauernhof vor dem Bankrat rettet. Shit! Mami! Ja? Mami, sind Sie da? Hans, das Pferd ist da! Mein Vater, hast du Holzbänke für den Grossvater? Ich will doch nicht, was das Bänke ist! Holzers Piep-Show – diesen Sommer vom 30. Juni bis 25. August 2012 auf dem Gurten. Sind Sie bereit? Ja. Eins, zwei, drei. Wir sind Familie Holzer! Tickets und weitere Infos gibt's auf theatergurten.ch Präsentiert vom Kulturprozent von Migros Ahren und der BKW.